So, wir werfen einen Blick auf die Fitbit ARIA. Das ist eine drahtlose Körperfettwaage, die die Wiegeergebnisse übers eigene WLAN überträgt an den persönlichen Fitbit-Account. Den haben wir schon mal vorgestellt im Verbund mit diesem Schrittzähler. Die Waage selber gibt es in weiß und in schwarz. Kostet 120 Euro. Wir haben uns hier das weiße Modell angeschaut. Unten so eine geriffelte Oberfläche, oben dran Glas und so ein kleines hintergrundbeleuchtetes Display. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Auf der Rückseite die vier Standfüße, die nicht auf dem Teppich stehen dürfen, sondern auf einem Plan im Untergrund angebracht werden müssen. Und die Batteriebox, da sind vier ganz normale Mignone-Batterien drin. Kann man diesen Schnepel rausziehen und dann direkt aktivieren quasi. Wir können ja in die Klappe nochmal reinschauen. Wie gesagt, vier Batterien vorne dran. Sobald man die das erste Mal aktiviert hat, dann dieses Display, was einem darum bittet, die bitte zu installieren. Und das kann man direkt am Rechner machen. Da gibt es ein Tool für Mac und Windows. Die haben auch eine Web-Oberfläche, wo man das einstellen kann. Das ist relativ easy. Auf Deutsch beschrieben. Man lädt sich das runter, entpackt das, startet quasi diesen Assistenten. Und der macht dann alles von alleine. Also der Rechner verbindet sich dann automatisch mit der Waage. Man gibt da seine Fitbit-Nutzerdaten ein, wenn man schon ein Konto hat, wovon die Macher einfach mal ausgehen. Ansonsten erstellt man sich da eins. Und wenn man die eingetragen hat, dann sucht der Rechner quasi die Waage, die sich erstmal mit so einem eigenen WLAN meldet in der Wohnung. Ja, kann man auch seine Größe, das geschätzte Gewicht eintragen. Das macht später Sinn, weil die Waage mehrere Nutzer unterscheiden kann. Dann gibt man Initialien ein und jetzt werden die ganzen Informationen quasi an die Waage weitergeleitet und die konfiguriert sich dann, damit sie im WLAN einsatzbereit ist. Am Ende fragt sie noch nach dem WLAN-Passwort. Stellt man alles ein. Fertig, fertig, fertig. Und kann sich dann nochmal so eine kleine Demo anschauen, wie man die Waage verwendet, wie die Display-Informationen auszuwerten sind. Also was man da angezeigt bekommt, die hat dann eigene Symbole, wenn sie fertig ist mit dem Synchronisieren, wenn sie zu wenig Akku hat und so weiter und so fort. Die Wegeergebnisse werden im Web angezeigt und auf der iPhone-Applikation von Fitbit. Dann auch zusammen mit den Schritten, die der Schrittzähler misst und dem aktuellen Körperfettanteil und so weiter. Da gibt es dann wieder kleine Wappen, die man sammeln kann, wenn man irgendwie ein Kilo abgenommen hat im letzten Monat. Ja, und man soll sich barfuß wiegen, eben gerade wegen dieser Körperfettmessung. Man kann auch ein Wunschgewicht eintragen. Und wenn man das alles gemacht hat und die Waage soweit konfiguriert ist, dann kriegt sie hier noch so eine finale Message, dass sie gelinkt wurde, in den eigenen Account mit rein, lächelt einen an und dann kann man sie benutzen. Die Waage selber steht dann einfach so rum, unterscheidet wie gesagt bis zu sieben Benutzer, sobald man rauf geht, zack, erkennt ihr ein erkenntes Gewicht. Da hatte ich einen Rucksack mit Steinen auf noch, muss ich dazu sagen. Misst den Körperfettanteil. Auch hier, das sind natürlich nur Demo-Zahlen. Zeigt das Initial des Nutzers an und lädt dann den kompletten Gewichtsbericht quasi hoch auf das eigene Konto. Und das wird am Ende nochmal bestätigt mit so einer kleinen Checkbox. Achtung, jetzt.